Michelle-Erik Philippi – große Angst um ihre Sicherheit nach Tour-Ankündigung Die Beziehung zwischen Michelle und Eric Philippi sorgte für reichlich viel Wirbel. Doch einige Anfeindungen gegen ihre Liebe gehen zu weit. Inzwischen hat das Paar nur noch Angst. Sie versuchen, tapfer zu sein. Doch die Sorge steht ihnen ins Gesicht geschrieben. Denn Sängerin Michelle, 51, und ihr Freund Eric Philippi, 27, haben eine turbulente Zeit hinter sich, voller Hass, Anfeindungen, Hetze. Und jetzt die bange Frage, gibt es neue Morddrohungen? Michelle-Erik Philippi – großes Bangen um ihre Sicherheit. Denn seit Bekanntwerden ihrer Liebe stehen die beiden Schlagerstars im Kreuzfeuer der Kritik, wegen ihres Altersunterschieds von fast 25 Jahren. Die Kommentare gingen weit über Mobbing hinaus, erinnert sich Michelle laut Freizeitwoche. Und Eric sagt, Ich war erstaunt. Wie viel Hass man wegen seines Privatlebens von Fremden erfahren kann. Das ging bis hin zu Morddrohungen. Fremde haben mir gesagt, dass Michelle meine Mutter sein könnte. Was geht mich das an? Jeder hat das Recht zu lieben und zu sein, wie er will. Jetzt gehen die beiden mit ihrem Freund und Kollegen Florian Silbereisen, 42, auf große Tournee. Start ist Ende März. Die Vorfreude ist groß. Aber auch die Angst. Denn wenn sich Eric und Michelle in der Öffentlichkeit zeigen, ist es nur eine Frage der Zeit. Bis sie wieder beschimpft werden, oder man ihnen nach dem Leben trachtet.